Aria, meine große Liebe, Aria, meinem Herz so nah. Aria, meine große Liebe, Aria, mein Traum wird gebraucht. Das Lied Aria haben wir bekommen von einer Kroaten Komponistin. Und der hat uns alles ein bisschen diese frische Luft, das eine CD braucht. Ich glaube, wenn du in einer CD immer die gleiche Melodie, wird auf einmal diese Monotonie hier zu sein. Und dieses Lied, das ist auch eine Geschichte von einer Namensfrau Aria, hat uns diese Pfeffer mitgebracht, das eine CD braucht. Und ich freue mich, dass ich gesungen habe, weil ich glaube, es wird auch etwas dazu bringen auf dieser CD. Aria, mein Traum wird wahr. Aria, mein Traum wird gebraucht. Aria, mein Traum wird gebraucht. Untertitelung des ZDF, 2020